Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Blackmasters, mir die Corbin und ja, wir haben jetzt einen Ballermann, aber wie gesagt, das ist ein Einzellader, das ist auf engen Raum und wenn da 20.000 Stück kommen, könnte das ein bisschen schwierig werden, aber ich werde trotzdem rausprobieren. Dafür sind wir ja hier. Aber ich bin immer noch ein bisschen vorsichtig, das sind Tomate. Wie gesagt, ich kann das immer noch nicht einschätzen, wie die Reichweite ist. So, was ist denn hier? Was soll ich hier machen? Das ist eine Tomate. Also, was soll ich hier oben machen? Da eine Hake oder was? Oh, jo, jo. Äh, hallo. Also. Ich kannte immer noch. Gut, äh, ich bin hier, aber ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich glaube, ich soll hier hoch. Ich glaube, ich soll hier... Ich soll da hoch. Ich weiß zwar noch nie wie, aber... Ach so. Gut, ich hab's rausgefunden. Er wird doch trotzdem nur da angezeigt. Gib mal der. Jo, jetzt hab ich die Party unter mir. Was war denn das? Okay, der hat zwei verschiedene Schüsse. Gut. Neue Sachen rausgefunden. Das kostet bestimmt mehr Munition, wa? Oder muss ich hier hoch? Ich glaub, die meinten, bitte, wa? Hehehe. Äh, gut. Also, das funktioniert noch nie so hundertprozentig. Also, nicht, dass er bei mir liegen tut. Ach, ich halte mich grad fest. Gut. Wie soll ich denn das da machen? Ach so! Gut, jetzt bin ich hier. Nun. Toll. Assassin's Creed, aber noch nie richtig fertig, oder wat? Oh, ja. Äh. Ich würd mal sagen, das funktioniert noch nie so richtig. Ah, wie... Hallo! Aha, Doppelschuss. So, wie ist denn das mit dem Messer? Ich klug mal. Ich probier mal aus. Ich glaub, ich soll da rin. Ui, äh. Ich soll... Alter. Das wird dunkel. Oh, oh, oh. Alter Schnetzel. Warum sollten die Knarre nehmen? Das Ding ist ja jolt wert. Aber das hört sich, äh... so an, als ob hier noch ehens wie Zombies sind. Und mal nochmal ehens mit. Ich weiß nämlich nicht, ob hier noch welche da sind. Oh, Mudi. Halt! Das hört sich nicht gesund an. Oh, 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 oh. Schön, guten Abend. Kann ich die Tür nochmal zumachen? Ich meinte... Ich muss da rin, was? Nein, hier ist niemand. Zu spät. Das kriegst du nie durch den Zoll. Höhöhöhöhöhöhöhöh. Ich meinte, hey, was ist das jetzt? Ja, ist doch gut, Junge. Lass uns darüber reden. So, sag mal, wir haben da jetzt ein paar Armbrustbeutzen gefunden. Aber ich hab das jetzt noch nicht kriegen. Seht, ich hab ein Schwert. Ist ja der Herr Wüte. Okay. Was bringt das, wenn ich jetzt so 20.000 Messer mitnehme? Hat das irgendwie... Äh, ich weiß das nicht. Ich tu das erstmal nicht. Aber da, essen. Und warum ist die Feder so beleuchtet? Seht wahrlich, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Aua, Alter, schon will er gehen. Ist ja. Ganz schön gefährlich. Alter, ist ne Dusch da. Hallo? Okay, jetzt ist ein Schwert. Achso, du brauchst bloß ein bisschen Anlaufzeit, oder was? Ihr kommt hier nicht mehr raus. Oh. Falscher Schalter. Mein Fehler. So, was haben wir denn noch hier? Das ist doch ein Klodeckel von damals, wa? So sahen die doch damals aus. Das macht das hier gerade ein bisschen mulmier. Hier, lauter Bolzen. Ich find hier, ich hab bis jetzt noch nicht eine Armbrust, oder sowas in der Art. Oh. Oh. Das ist ein Witter. Operier-Kit. Die sind oben. Oh nein. Die liegt noch höher. Hallo. Legt noch mal zu. Alter, das ist eine Schnetzelwaffe. Ach du Kacke. Wir haben 100 Leben. Das sind jetzt nicht erst. Wir haben ja auch gelettet. Warte, wo? Links, rechts, geradeaus. Gut. Da. Noch krasser. So, Leute. Jetzt ist Schicht im Schacht. So, warte mal. Ich hab doch... Da. Ich glaube, das geht automatisch. Ich glaube, ich brauchte bloß aktivieren. Da. Seht ihr? Das ist automatisch. Ah! Ich glaube, wir müssen das bloß aktivieren. Ich lerne. Und sobald wir am nächsten Punkt sind, aktivieren wir den nächsten Punkt. Ich glaube, so ist das. So, sag mal. Wie schnell ist denn bitte? Ach du Kacke. Das ist ja noch langsamer. Aber das macht bestimmt mehr Schaden. So, das Taschenmesser braucht ich die? Ich hab ja jetzt ein Schwert. Oh, Alter. Das ist... Das hört sich schlimm über Kopfhörer an. Na, komm. Naja, loot-technisch mäßig ist das noch nicht doll. Aber wie gesagt, wir sind ja auch hier noch... Boah, Alter. Schon wieder gegen den Kopf. Kein. Äh, wir sind ja auch noch hier ziemlich am Anfang. Hallo? Da ist die Tafelrunde. So, immer schön... Den Rücken zu Zombies drehen. Das ist doch... Hallo? Ich würd mal sagen, hier ist Kena. Und da ist noch ne Bombe. Hab ich noch nie ausprobiert. Warte mal kurz. Äh. Ich denke, wie ich es gerade hatte. Äh, nö. Schwert-Rifel... Äh, Schwert-Rifel. Knochen. Buh. Ja, würde ich ja... Äh. Ach, nix mir doch am Puppes. So. Ich brauch sie nicht, aber ich nehm sie trotzdem mit. Gut, hier geht es wieder raus. Da ist ne Kiste. Ach du Kacke. Und da wird Nacht. Ich mach mal zu. Ich weiß nämlich nicht, wie das ist, äh... Ob die in der Nacht mehr rauskommen. Und da muss ich jetzt noch nicht rausführen. Also, loot-technisch mäßig ist bis jetzt, äh... Ein bisserl eintönig. Dadurch, äh... Gut, ich hab jetzt den Schlüssel hier drin. Und ne neue Quest. Die sind oben. Oh ja, was soll's. Ja, Junge. Ich komm gleich. Mädel. Bleib doch mal eins ruhig. Ich glaub hier ist Marge Simpson. Ich hab doch einen Schlüssel. Door ist lockt. Von draußen? Gut, schnell ist die Waffe nicht. Das war uns aber klar. Lobby muss irgendwie von draußen rinkommen oder so. Okay, die Zucke, die Bums. Oder die sind draußen vor der Roasttür. Noch mehr Bolzen. Gut. Sag mal, hab ich hier irgendwo die Anzeige für Essen? Oh, Crafting kommt später auch noch dazu. Eventuals. Status. Gilti. Survival. Skills. Ich glaub das Essen ist los da, äh, wenn ihr keine Lebensenergie mehr habt. So, ich lobe, wie ihr sagt, von draußen. Hallo? Hallo? Aber ich hab eigentlich die Schlüssel eingesammelt. Oh, da. Jetzt sieht schon cool aus. Also, äh. Ihr führt's mäßig. Also. Ja, vielleicht müssen wir irgendwie von... Da ist irgendwie... Tisch. So. Ich würde sagen, ist da irgendwie... Und dann da rin. Das ist doch nie umsonst, dass wir hier... Da vielleicht auch... Aber nicht. Nee, äh, das war falsch. Das hat ja jetzt richtig gut funktioniert. Hup. So. Ich muss da irgendwie rüber. Achso. Gut. Ich kann mich hier ranhängen. Äh, hangeln. Bringt mir aber... Erstmal Janus. Warum häng ich hier? Äh. Hehe. Man kann auch nicht loslassen. Warum häng ich hier und singe? Bis ich nicht wie runterkomme. Na gut. Echt, ich wüsste wie. Hallo? Lasse er los. Houston, wir haben ein Problem. Warum probiere ich sowas aus? Ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Also, bis gleich. So, und da bin ich auch Villa. Äh, irgendwie hat der das nicht abgespeichert. Also, er hat schon abgespeichert. Also, levelmäßig wird selber, aber den Ort hat er nicht abgespeichert. Und verdammt nochmal, warum ist denn die Villa so laut? Ich hab das doch alles schon... Ich hab das doch alles schon... Was ist hier los? So, ich hab das jetzt wieder ein bisschen runtergedreht. Okay. Hab ich das Schwert noch? Nein! Doch. Doch, ich hab das noch. Alles gut, alles gut. Okay. Also, äh... Dit ist ja doof. Wenn ihr jetzt aufhören tut oder so... Startet dann mal hier von Anfang an. Ihr habt dann dieselben Quests noch, aber, äh... Dit ist der... Äh, ne, okay. Dit wird wahrscheinlich neu geändert. Jut. Dit heißt, wir müssen wieder hinrennen. No, 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 no. Und wir kriegen dieselben Anzeigen. Und die Zombies sind wieder da. Jut. Dit ist nicht so, wie es wahrscheinlich sein sollte. Aber, hey. Dit wird neu geändert. Okay. Wollte mal probieren. Ja, wie ihr seht, das ist Early Access. Und wie ihr seht, das ist grad erst mal rausgekommen. Ich geh mal davon aus, dass das in den nächsten Patchware so geändert wird. Hoffe ich doch. Wenn nicht, dann ist das Kacke. Hallo. Und bis jetzt sind das in den und dieselben Gegner. Jut, wir waren da oben drinne gewesen und unten. Also wir werden das nochmal probieren. Oh, ne. Dann muss ich ja das Ganze... Dann muss ich ja nochmal hoch. Wird das ganze Haus näher machen. Oh, nö. Und jetzt rucket, bitte. Oh, nö. So, wenn... Warte mal. Wenn ich jetzt den richtig auflade... Jo, macht mehr Schaden, aber... Ist jetzt auch nicht, dass ich sagen würde... Holla, die Waldfee. Jetzt hat aber rin gehauen. Warte mal. Oh, Alter, die ist schnell. Schnetzel. Okay. Ausdauer musst du auch drauf achten. Die grüne Ausdauer. Die könnte schwierig werden. Komm her. Sag mal. Ich hab ja auch... Wenn ich den finde. Da. Komm her. Oh, 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 oh. Und ein Kopfschuss ist enthalten ein Kopfschuss. Okay. Verbrennungsgeräusche. Hat das irgendwas zu bedeuten? Oh, ich bin schon wieder an dem Klettern. Ich glaube, das ist ein Bug. Ja, ich glaube, das ist ein Bug. Oh, lalalala. Oh, was ist das für ein Wort? Den kenne ich ja überhaupt noch nicht. Hier waren wir ja noch ja nicht. Aber trotzdem werde ich mich ein bisschen näher anschauen. Vielleicht kommen wir ja auch irgendwie anders ran. Sag mal, ist das nicht eigentlich, äh... Diese Junkies. Das ist doch hier, äh, Mohn. Aber ich glaube, das ist heimischer Mohn. Das, äh... Ist nicht der Mohn, die in, äh, Kofen ist. Okay, kann auch hier rin. Globig? Ja. Einfach funktioniert. Guck mal, da ist noch eine Tür. Stopp. Stopp. Er ist hier gestorben. So. Gut, ich werde... Ich werde das nochmal hier versuchen. Das wäre natürlich schlecht, wenn wir jetzt die Questen hier abschließen können. Ui. Siehste? Er sagt es selbst. So, warte mal. Next. Okay. Das ist hier unten. Gut. Sag mal... Okay, das Licht ist so raus, ja. Gott sei Dank. Das ist ja ein schöner Booster hier. Hallo. Leg mal Licht an. Alter, die Wummel, die ist nicht schlecht. Ist aber ein bisschen schwierig, äh... auf so einen schmalen Gang. Guck, das Messer, das ist hier am schnellsten. Komm her! Ich bin Chucky. Der Mörderkabin. Nam, 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 nam. Oh, ich bin ein bisschen ungünstig ausgestiegen. Hallo! Ich war bloß zu Besuch. Tschül! Aber ich habe einen Ballermann. Ach, komm her! Mädel! Interessiert ihr nicht? Sie hat ihren Kopf verloren. Stopp! Zum Glück ist es ein Zombie. Die sind nicht schnell. Bis auf die da hinten, die gerade frei drehen tut. Aber die Reichweite ist auch nicht schlecht. Er wartet auch. Das ist ja ganz netter. Okay, sie ist kaputt. Wie soll ich denn das machen? Oder kann ich hier von der Seite ran? Hat ja eben so gut funktioniert. Da, da komme ich denn da. Ah, da komme ich doch da nicht hoch. Moment mal, ich versuche es nochmal. Ich komme hier hoch. Dann bin ich hier. Ah! Das soll eh nie gesagt werden. Nee, die immer wieder hoch. Okay. Okay, okay. Okay. Ich bin zu hoch. Ich bin über das Ziel hinaus. Gut. Ich gehe mal runter. Und ich drücke mal kurz die Uhr an. Habe ich mich gerade vergessen. So. Ich werde jetzt nicht festbacken. Aber guck doch mal. Jeder hier ja nicht weiter. Was ist denn das? Na gut, Weihnachtsmann spielen kannst du hier nicht? Ich glaube, das ist einfach bloß verpackt. Das mache ich hierhin auf Assassin's Creed oder was? Es gibt doch Schaden. Haha. Ich habe es für euch rausgefunden. Jo, toll. Gut. Okay, ich komme da nicht rein. Da mache ich erstmal nichts. Also, ich würde mal sagen, die Quest ist verpackt. Ich kann jetzt hierhin. Was haben wir denn da? No, 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 no. Da sind lauter Messer und das sind Litter. Ein Hammer. Ist ja der Hammer. Ich habe einen Hammer. Hm. Position. Position. Nimm ich mit. Hallo? Ist da jemand? Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. So. Ruckidi zuckidi. Ein einsamer Weißkolben. Moment mal. Ich muss erstmal alle looten. Ob ich das brauche, ist erstmal zweitrangig. Hallo? Und hier ist eine Kiste. Hier ist... Eine Tomate und jede Menge Mais. Ich glaube, die haben sich bloß vom Mais ernährt. Und Tomaten. Alter, ich muss hier vorsichtig sein. Der Raum ist noch nicht so ganz räumlich. Aber erst mal looten. Gut. Obwohl, das wäre mal interessant zu sehen, wie groß das Inventar ist. Ich habe gerade eine Idee. Das muss ja rausgefunden werden. Für die Wissenschaft. So, warte mal. Ist hier noch irgendwas? Da ist ein Messer. Das nehmen wir auch mit. Muss ja... Ja, ne? Dann braucht ihr das rausfinden. Dann wisst ihr halt mich. Und ich habe eine Ausrede. Die was haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. So. Na? Kannst du nicht mitnehmen? Schade, Karin. Schade, schade. Na, Kiste! Ah, da bin ich schon richtig weit gekommen, wa? Da waren wir jetzt drinnen. Da waren wir auch... Eigentlich so weit durch. Hallo. Ich bin der... Amtliche Luther. Brauchen sie eh nicht mehr. Hallo, Junge. Na? She-Wat-She-Wi. Äh, She-Wi. Ist das, äh, She-Wi-mäßig? Hm. She-Wat-She-Wi, wollte ich eigentlich sagen. Aber das hat schon wieder nicht funktioniert. So, mal hier. Mhm. Oh. Ich glaube, mein Inventar ist unendlich, wa? Also, ich meine, ich hoffe. Hallo. Ich glaube, mein Inventar ist es auch noch mal zum Essen. Ein Brötchen. Das ist noch mal zum Essen. Ein Brot. Eine Bumbe. Ein Bumbe. Hallo. Da. Ist verschlossen. Schlüssel. Das sieht doch aus wie ein Schlüssel. Ist immer Kina. Das wäre natürlich kacke, wenn sie hier sowas einfügen. Aber vergessen haben die Schlüssel einzufügen. mhm, 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 mhm. Hier und da ist erstmal nischt. Hallo? Da hätte was versteckt sein können. Hallo? Uiuiuiuiuiui. Ups. Ich wollte eh runter. ich glaube hier sind wir durch wir haben hier den schlüssel vergessen kann ich hier ducken ach ich kann ducken so ne kacke jetzt müssen wir von vorne anfangen diese taus wurde hier reinigt und zwar richtig schreien die so rum ist jetzt mir hat die sind ja da drinnen ist doch hielt mädel der wegpunkt ist aber weg etwa der brief da drin schätze ich mal der wurde uns hier drinnen draußen eigentlich recht okay warte wo links rechts geradeaus warte mal spielpunkte ich mache erst mal die skillpunkte ist ja jetzt nicht so dass wir gleich sterben wären auf victor so hallo da macht reicht nicht gut punktemäßig können wir noch nicht machen wir sind noch nicht weiter gut ich würde mal sagen hier sind wir durch eine folie in der stadt in krasse skill ich würde mal sagen wir ihn erst mal hier entschuldigung ich würde mal sagen wir machen noch einst wie folgen ich bin gerade so in luter laune also leute ich hoffe das hat euch spaß gemacht und ich hoffe wir sehen uns dann quasi morgen wenn es euch wein hat denkt daran däumchen träumchen da seht ihr immer so knickknack funktioniert und wenn ihr noch ein abo habt das wär auch nicht ne also bis zum nächsten mal ich bin raus tschüu